Das da genau. Ich muss trotzdem noch ganz kurz überlegen was hier gemacht werden muss. So, wo sind die Skalpelle? Skalpelle? Ja, das ist mein Name. Skalpelle? Da. Wer legt denn die da hin? Macht man doch nicht. Schläuche, zack. Achtung, fertig, Krach. Das kann ich nicht, leider nicht. Vier. Ei! Okay. Laut. Aha. Hatten wir noch gar nicht gehabt bisher. Uuuuh. Da. Dankeschön. Ach stimmt, jetzt habe ich heute direkt geholfen gehabt. Der krasse Typ. Weil Diablo. Nix ist... Nix ist... So. Ja, ja, genau. Ich muss Dinge tun. So, das kann ja zu. Auch zu bleiben. Jetzt brauche ich nochmal das Flüssigkeitszeug. Da ist gar nichts mehr drin. Kann ich zumachen, was ich nicht brauche, ne? Ich brauche hier alles nicht. Dann stört das nicht so sehr. Ah, da oben. Nein. Nicht da oben. Verdammt. Äh... Doch, wo dann? Hier wohl nicht drin, oder was? Ähm... Äh... Da... Manchmal... Das ist wieso. Achso. Hm. Ja. Doch, du hast recht. Mein Fehler. Pssst. Ei, 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 ei. Das Spiel macht es aber auch nicht leicht, ne? Oh, der hat ja wenig zum reinpumpen. Mal eine Kugel Blei reinpumpen, würde ich sagen. Tschüss. Ach, das ist eigentlich ein gutes Team, ja, ja. Ach, ich höre ja jetzt wieder Leute um mich herum. Lass mir doch mal ein bisschen Freiraum. Privatsphäre, Leute. Privatsphäre. Warte, wenn ich schonmal hier unterwegs bin. Dann zappel mitnehmen wieder. Vielleicht kann ich auch schon wieder was finden. Reinigen, reinigen, reini, reinigen, reinigen. Nein, nein. Wie gesagt, man muss es ja probieren. Achso, natürlich. Aufmachen wäre eine Idee vorher. Das ist ein geiles Symbol. Das sieht generell auch schön aus. Das finde ich sehr hübsch. Dann bauen wir gleich mal eine in die Tafel. Ich meine, letztendlich, wenn man den Namen raus hat, von dem D-Mann hat man sowieso eine 1 zu 3 Chance, das Spiel zu gewinnen. Theoretisch. So, alles gemacht. Jetzt muss man noch eben ein bisschen... Genau, das brauche ich dafür. Also, du bist es ziemlich sicher nicht. Glückwunsch. Dich muss ich vielleicht nicht verbrennen. Du darfst. Wobei, ich meine, vielleicht wird er trotzdem verbrannt. Soweit ich weiß, ich habe es vorhin anders gesagt, aber mir ist eingefallen gerade. Dass ich mal gehört habe. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Dass Menschen auch dann hergerichtet werden und so weiter und so fort. Dass immer die Kosten so hoch sind. Selbst wenn sie geäschert werden letztendlich. Aber das ist völlig egal, dass irgendwie... So. Äh. Zapp. Zapp. Psst. Nächster. Hoffentlich kein Clown. Hier eine alte Oma. Guck mal. Hier hat noch keine junge Frau gehabt, ne? Das finde ich ein bisschen diskriminierend. Und ich lache jetzt auf die Hände. Nicht da alles Ohmchen. Das ist hier. Jawohl. Ja, ja. Ich glaube auch, dass ich einen auf die Arsch gerade ziehe. Aber schauen wir erst mal Kuri. Oh Mann, die hat doch gelächelt. Böp. Ich glaube, ich habe das aufgezeichnet gehabt. Versehentlich. Ich habe nur geklickt und ohne was zu sehen. Aber es hat... gemacht. Achso. Drehen. Das sind komische Altersflecken bei den alten Leuten. Auch hier sehe ich keinerlei Dämonen. Mark. Mark. Das wird so wie die letzte Leiche sein. Du hast das Gefühl, dass es so sein wird. So. Ende aus. Aber sicherheitshalber nochmal. Also wenn ich... Am Kopf was habe gleich. Beim Beschreiben. Dann ist dies nicht. Ja, hier. Leichte Abstimmung. Jetzt ist das Ding. Ähm. Da rein. Das heißt, die kann es eigentlich nicht sein. Rechter Arm. Linke Arm. Linkes Bein. So weit. So gut. So gut. Mal ein Streifen mitnehmen. Mal ein bisschen was. Aber echt knapp. Generell. Was? Was? Ich habe ja nur dieses Symbolchen. Zwei davon. Und dann muss man das richtige finden. Das ist halt eklig. Ähm. Rechtzeitig. Das da. Und 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 und. Wo war denn das schon wieder? Ah. Ist doch das hier. Alles cool. Und hallo. Und dann das nochmal mitnehmen. So. Knack. War nicht schön wie niedlich die Dinger. Ich meine ich. Ich denke jemand der nicht so abgehärtet ist wie ich. Der kann sich durchaus ein bisschen hier zusammen erstrecken. Da sind schon ganz coole Momente dabei. Aber sie wiederholen sich ja alle irgendwie trotzdem recht schnell. Entschuldigung. Wollte ich gemein zu ihr sein. Ist doch gelogen. Ist doch gelogen. Das weißt du auch. Das weiß ich auch. Das wissen alle. Das wissen einfach alle. Ähm. Meins. Methanol. Methanol. Oder. Kein Methanol ist auch keine Lösung. Was? Doch. Hä? Du doof? Schläuche. Da ist gar keine Schläuche hier drin. Nichts. Was? Geht jetzt noch? Ah, das ist auch nicht. Das war auch schon. Aua. 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 Autsch. Mensch was tut doch weh Leute. Kinder zuhause nicht nachmachen. Ganz wichtig. Nicht nachmachen. Aua. Aua. Und jetzt suchen wir's wieder mal die schönen Geräte. Ääääh. Schläuche waren hier. Aua. 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 Das war das Ding meine Stimme. Gibt gar keinen Sinn. Aua. 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 Hast du mir nicht zugehört? Ich kann gerade nicht. Verzieh dich. Nein. Na gut. Ich bin da. Ich bin ja schon da. Na, war. Wer war das gerade? Hab ich nicht erkannt. Hab ich nicht erkannt. Ja, das war die dritte Leiche. Die ich noch nicht hatte. Den ich sowieso dringend in Verdacht hatte, dass er der Dämon ist. Also das wird schon der Richtige sein. Fix die Oma abhandeln hier und dann ab zum nächsten. Das war hier oben, genau. So, danke. Schöne Gerät. Was? Wieso was? Ach so. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Warum mache ich... Frag mal die Leiche, ob sie dein Eterno-Ursatz sein will. Warum mache ich was? Hingehen? Na, weil ich mutig bin. Wieso? Hallo. So. Hallo. Sag mal. Äh. Sieg gerade nichts. Ah, Sequenz schon wieder. Und Leiche weg, ja, natürlich. Mhm. Der Geist kann... Der Dämon kann auch mit... Anderen. Ich immer wieder betone. Er kann auch mit... Nicht gucken. Einfach nicht gucken. Nicht gucken. Hey, cool. Scheint es tatsächlich... Oder ich glaube, ich muss gucken. Ich kann nichts machen weiter. Tschüss. Hört auch nicht auf, ne? Es hört nicht auf. Ach, nervig. Hm. Trotzdem passiert. Ach, selbstverlebt. Also, was mache ich auch nicht. So, das kennen wir schon. Leider nichts Neues. Was are you doing? What are you doing? Nichts weiter. Geht ja auch gar nichts anderes. Und abgesehen. Weitermachen. Ach, hier noch zwei Leichen zu machen. Das ist unglaublich. Äh. Und mich würde ich den letzten direkt verbrennen. Aber ich muss ihn... Ich muss ihn komplett behandeln. Ich muss die Füße hier reinhauen. Dann bin ich mit dem Dünner. Dann kann ich nicht aufhören. Dann spanne ich ihn nicht an seinen Körper an und so weiter. Geht ja auch nichts. So. Reinigen. Wieder noch der dritte... Das dritte Symbol wieder mal. Können sich gleich ändern. Wird sich gleich ändern. Da wieder. Es ist... Aha. Spiralle und Zickzack. Okay. Nehme ich so hin. Ich glaube, das hier war es. Nur andersrum. Ja, es war das Symbol. Okay. Dann müssten wir schon rauskriegen, welcher Dämon das ist. So. Test. Ist noch nicht. Ähm. Spiralsymbol da. Ne, ist es nicht. Ist doch das Symbol, ne? Spiral. Das haben wir auch. Wahrscheinlich ist es Telduk. Wir haben doch den Galgen, ne? Ne, haben wir nicht. Achso. Haben wir nicht. Äh, wir trinken was. Ganz kurz. Ja. Ich hoffe, ich mache Pause, wenn ich Pause mache. Das ist ja doof. So. Also. Ich brauche das komische. Das Symbol da. Hm. Wo ist das denn? Sehe ich hier gar nicht. Nein, nicht zurück. Hier zurück. Na. Da haben wir es einmal. Da haben wir es einmal. Kurus. Da haben wir es nochmal. Das haben. Was ist das Symbol Nummer 3? Der Kreis. Kreis ist da. Das ist aber nicht da. Ja, ist der Kreis. Da ist das. Aber ich hatte noch. Ich kann mich jetzt gerade nicht merken. Ich bin gerade irgendwie. Oh, nochmal zurück. Nein. Zurück. Das ist komische Dingens. Das ist letztlich schwer einmerken. Inwiefern auch nicht. Wo ist das? Das haben wir nicht. Manu. Hier ist es keiner von. Zurück. Zurück. Der hier ist es. Oben. Links. Rechts. Äh. Unten natürlich. So. Oben. Z. Ist immerhin was als Z, ne? Ist ja auch ein Z, aber was A. Falsches L. Z. Kreis. Strichding. Könnte auch das gewesen sein. Hm. Nein, das war das Richtige. Trich. Das, das. Z. Äh, genau anders. Die beiden vertauschen. Die anderen stimmt aber. Jetzt haben wir das Symbol schon mal. So weit, so gut. Wo war ich hier stehen geblieben? Reinigen. Hat sich schon gereinigt? Hallo. Hä? Hat ihr das schon gemacht, oder nicht? Habt ihr das schon gemacht, genau? Äh. War doch gerade zum Auffüllen gewesen, oder nicht? Sicher. Ja, natürlich sicher. Ach, kacke. Ah, das dauert die Ewigkeit nicht jetzt. Und nochmal links. Ah, das ist was anderes. Äh. Ach, guck mal hier. Da gefällt der Keller. Schüssel zu. Nein, tut er nicht. Hier draußen auch noch was. Guck einer an. Ich hab gerade was entdeckt, was ich zumindest vielleicht später mal benutzen kann. Jetzt gab es hier aber nichts. So. Ich hab hier auch schon. Hä? Ich meine doch, ich hab es schon gemacht. Oh, es ging gerade nicht, weil ich eine Sequenz hatte. Mhm. Puschel oder Raid? Ja, hallo, Puschel. Dunkle Grüße und so. Pass auf, wir spielen hier aber den Leichen-Simulator. Also, frische Schlipper bereit halten. Mach auf jetzt hier. Ja, das ging nicht, weil es nicht auf war. Reinigungszeug, Reinigungszeug. Wo war das denn schon wieder? Da. Make-up, wieso? Äh, was ist nur los? Also, was warten, ja. Wieso Make-up, Puschel? Wie kommst du da rauf? Make-up, was hast du für Frauen? Davon abgesehen. Ich mach sowas nicht. So, fertig. Schmier, 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 schmier. Das heißt, wir haben schon was vor. Ich bin noch mittendrin im Vorhaben. Mal gucken, was Neues zu sehen ist. Das kennen wir schon. Ich meine, dieser Körper hat sich eben auch bewegt gehabt. Dann ist da was Neues dazugekommen. Dass die Besessenheit umgeschwenkt ist. Macht aber nicht den Anschein. Nee, du hast schon richtig. Wie sieht es dir sonst anders aus, Puschel? Das ist richtig, aber das ist dein Make-up. Jetzt gerade ist es so, wie es sein soll. Oh. Guck hier. Sie ist es. Sie ist es. Das Symbol ist neu. Verbrennt sie, verbrennt sie, verbrennt sie. Ich glaube, ich habe meinen Dämon. Bist du sicher, das ist der richtige one? Ja. Also. Beim letzten Mal auch schon. War gut, dass du mit denen nochmal raus hilfst hier. Da war jetzt ein Symbol, das Symbol war vorher nicht drauf gewesen. Das muss sie sein. Komm schon. Das muss ja jetzt sein. Das Symbol ist neu. Und sie ist rumgewandert. Jetzt habe ich sie da reingebannt mit den ganzen Sachen. Das muss einfach stimmen. Komm schon. Komm schon. Stürm. 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 Dämon. Ah, wieder falsch. Es gibt es doch gar nicht. Es gibt es doch gar nicht. Das muss der richtige gewesen sein. Wtf. Wo bin ich? Was hat sich passiert? Was ist das? Ich lasse mich weg. Was machst du? Entschuldigung. Das ist die einzige Weg. Wtf. 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 Ja, ich bin sowas von sauer, Corinne, das kannst du aber wissen. So, es gibt hier Sachen. Ist aber nervig, dass ich jedes Mal den Code neu eingeben muss. Könnte gerne mal gleich bleiben. 76, 96, 97. 97, 96, 97, 97, zack. Soweit das. Holen vorne ist die erste Leiche. Mann, ey. Ich kann sogar mit dem Ding langfahren. Wie schneller als sonst? Das Ding fährt voll viel schnell weg. Warte, da haben wir. Benjamin Button. Ach, wie ein Clown. Wieso ist hier... Ich habe noch keine einzige. Ich komme mal ganz kurz nach. Isaac. Felton. Jetzt haben wir gar keine Frau dabei. Und wir hatten noch nie eine junge Frau dabei gehabt. Ich finde das diskriminierend. Das ist so merkwürdig diskriminierend. Die einzige junge Frau im Spiel bisher sind wir selbst. Wir hatten auch zu Leiche regelmäßig irgendwie. Na ja, gut. Ich sehe nichts. Ich sehe auch nichts. Ah, ich sehe auch nichts. Nicht jetzt. Ich sehe auch nichts. Was zum Teufel? Hast du überhaupt irgendwas? Oder war Clown? Da. Das ist eine Auffälligkeit. Das ist ein Dämon. Zwei Auffälligkeiten. Auf beiden Seiten. Ich kann beide nicht speziell markieren. Natürlich würde es nicht reichen, um den Typ zu identifizieren. Weil ich habe doch kein Symbol oder nichts. Ich sehe bei dem den Körper ganz jedes Mal wechseln mittendrin. Aber schon jetzt würde ich sagen, der ist es. Ziemlich eindeutig. Oh Mann, ey. So. Ben. Ja, 20. Tür wieder auflitten. Auch nett. Lechter Arm. Linke Arm. Links Bein. Nein. So. Kann man nur wissen, wenn man sich schon eine Weile erlebt hat. Also du bist immer so ruhig. Ja, ja. Ich und ruhig. Ist schon klar. Hui. Ah, da brennt doch was. Na, wir nicht. Wieder mal ein L-Symbol. Okay. Damit kann man das schon mal arbeiten. Kipsel, Kipsel. L. Ich durfte da. Kein Kommentar, bitte. Nö. Nö. Oh. Komplett leer. Hallo. Oh. Komplett leer. Keine Ahnung. Haben wir auch noch nicht gehabt. Ne. Was? Warte, warte. Was ruhig ich gerade? Ich suche die Nadeln. Nadeln. Da sind sie doch. Mensch. Wo sie die Augen klappen, dann wahrscheinlich hier. Jawohl. Soweit das. Boing. 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 Na. 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 Hallo. Also. Kann gerade nicht. Richtig. Weiter machen. Oh. Ja. Tür zu. Geht nicht. Oh. Macht Spaß, da rumzuhängen. Kurtes Winkel mal wieder. Verkaut. Geht's gut? Jetzt nur ein bisschen zu Asche verkohlen. Okay. Ich hab's ja die angerufen. Dann passt das doch. Warum lachst denn du jetzt? Raffe ich nicht. Ist auch noch da die Narbe, ne? Der Harry Potter. Flüssigkeiten. Dieser muss es was werden, Leute. Nein. Dieser muss es was werden. Methanol. Gleichmittel, nö. Ja. Das klang gerade aber ein bisschen merkwürdig. Was ist das? Was ist das? Warte, das ist eindeutig. Ich bitte euch. Die SS eindeutig. Er hat doch alles jetzt auch nicht. Wieder was? Feuchtelte bitte. Ach. Da oben drauf. Aber das ist eindeutig der entsprechende Körper. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob man das switchen kann. Mal raus holen hier die ganze Sache. Okay. Und. Brosen die Skull-Twelle. Da. Prost. Trink mir was. Okay, warte kurz. Ja. Nicht gesehen. Verzeihung. Ich bin gerade mittendrin. Ich muss es mal schaffen, den Scheiß. Oh, warte. So. You let's touch touch touch. Klingonen werden helfen. Replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic tapes is the most crucial piece of the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. So. Ohren zu halten. Wie ist das los ist? Oh, mein Finger. Das ist ein Brotchen wieder. Das andere L. Zack. So weit, so gut. Nein. Ja, ja, ist das klar. Ist das klar? Nein. Alter. Zack. So. Ist das klar? Ist das andere? Zack. Achso, ja, falsch schon, mein Fehler, so. Wenn ich sicher bin, ne, es klingt wirklich so, als wenn, er sagt, es ist explizit, aber es klingt so, als wenn es optional wäre, dass der den Körper wechselt, was natürlich kackwürdig wäre, aber deswegen ist es gerade super eindeutig, dass dieser Körper ist, aber ganz klar, da muss man gar nicht drüber reden. Ja, ja, ich suche schon was bisher noch nicht gewesen. Oh. Mit dem Windschirm dabei, hol ich es aus. Hatten wir schon ein Symbol, nicht wahr, die Runde nach vorne?